Teil 2 Im Café, Freitag, 11 Uhr Raymond hatte noch anderthalb Stunden, bevor seine Cousine ankam. Diese Zeit brauchte er dringend, er musste in Ruhe nachdenken. Er ging in Starbucks in der Liverpool Street und bestellte heiße Schokolade. Genüsslich schlürfte er die Sahnehaube ab und schaute sich um. An der Theke am Fenster wurde ein Platz frei. Raymond erklomm den Barhocker. Er starrte auf die Straße, nahm den Regenverkehr aber nur am Rand wahr. Rote Doppeldeckerbusse, Caps, Lieferwagen und Autos schoben sich über den grauen Asphalt und kamen nur stoßweise voran. Raymond trank einen Schluck von der dampfenden Schokolade und spielte gedankenverloren mit seiner grünen Haarsträhne. Er war kein besonders guter Geschichtenerzähler. Nachher musste er Chrissy eine absolut unglaubwürdige Story verklickern, und zwar so überzeugend, dass sie ihm den Schluss abnahm. Ein Taxi bremste hupend vor dem Café. Der Fahrer kurbelte das Fenster herunter und brüllte einen Touristen an. Don't visit London if you can't tell left from right! Raymond grinste. Sein Blick glitt über die Seitentür des Taxis. Auf ihr war Werbung für das Musical Wicked. Die zwei Hexen tuschelten verschwörerisch. Das Stück lief im Apollo-Victoria-Theater. Raymond pustete seine gefärbte Haarsträhne aus dem Gesicht, verglich deren sattes Smaragdgrün mit der grün-schillernden Hautfarbe der Hexe. Mit der verdammten Farbe hatte die Geschichte angefangen, oder? Das Gespräch mit Chrissy nachher könnte doch in etwa so beginnen. Raymond, ganz beiläufig. Wo haben du und Helen das Wochenende nach Pfingsten verbracht? Chrissy, verwundert. Bei euch in London, was soll die Frage? Helen war die jüngste Schwester seiner Mutter Rose. Sie hatte Rose zum 40. Geburtstag ein gemeinsames Wellness-Wochenende geschenkt. Es waren himmlisch schöne Tage. Die Schwestern ließen sich die ganze Zeit in irgendeinem Beauty-Institut verwöhnen und waren völlig relaxed. Herr und Chrissy zogen durch London und machten ausnahmsweise einmal ungehindert das, was sie wollten. Raymond, und weißt du noch, was am Sonntagmorgen Sache war? Chrissy, spitz. Na klar, ich hab doch kein Alzheimer. Wir haben uns die Haarsträhnen gefärbt. Genau, Chrissy hatte am Sonntagmorgen im Bad das Haarfärbemittel entdeckt. Smaragdgrün. Rose, die als Maskenbildnerin im Apollo-Victoria-Theater arbeitet, brachte öfter seltsame Pröbchen und bizarre Schminkutensilien nach Hause. Wir verwenden ja nicht das ganze Fläschchen, nur ein bisschen. Fällt sicher nicht auf, wischte Chrissy damals seine Bedenken weg und strich kurz darauf ein paar seiner Haarsträhnen mit dem stinkenden Zeug ein. Ehrlich gesagt sah die Smaragdgrüne Strähne in seinem braunen Haarschopf brutal gut aus. Bei Chrissys schwarzem Wuschelkopf führte die chemische Manipulation der Haare zu einem unerwarteten Farbergebnis. Die Strähne glänzte in leuchtendem Saphirblau. Chrissy, ungeduldig. Und weiter? Raymond, ich glaube, diese Farbstränen sind ein Zeichen. Sie haben die Sache ins Rollen gebracht. Hör zu, vorgestern war ich abends bei Charles. Wir wollten... Chrissy, extrem neugierig. Ist ein Paar oft in dem Apartment? Raymond, abwehrend. Geht so. Sein Dad war seit Herbst letzten Jahres Chefkoch im Carloid, einem der angesagtesten Londoner Nobelrestaurants. Zu einer saftigen Gehaltserhöhung kam ein kleines Apartment im Nebenhaus, ein Büro mit Schlafgelegenheit. Das Apartment hatte laut Charles seine Ehe gerettet. Raymond stimmte ihm dazu. Seitdem Charles sich jederzeit dorthin verziehen konnte, stritten seine Eltern nicht mehr so oft und verbissen. Und das war gut so. Noch viel besser waren die dort stattfindenden Vater-Sohn-Abende. An diesen seltenen Treffen spielten Raymond und Charles bis zum Abwinken am Computer, ohne dass Rose rumnörgeln konnte. Manchmal zogen sie sich auch nur DVDs rein oder quasselten. Aber es war eigentlich immer schön. Raymond. Na ja, an dem Abend testete ich Charles' brandneuen, mit allen Schikanen ausgestatteten Laptop. Charles zeigte mir ein paar fette Features und ließ mich alleine rumwurschteln. Pa druckste ein bisschen rum und verschwand auf ein schnelles Bier im Pub um die Ecke. War mir recht. Kaum hatte er die Apartment-Tür hinter sich zugezogen, lockte ich mich im Bandforum ein. Steve mischte gerade die Gerüchteküche auf. Green Day gäbe im Dezember ein Benefizkonzert in London und unsere Band würde sich als Vorgruppe bewerben. Ich verfasste gerade ein paar Zeilen zum Thema Größenwahn, als eine Message von Frog reinkam. Der Kerl hatte eine Clash-Animation von Green Day. Auf meiner alten Kiste laufen solche Animationen nicht, aber die Grafikkarte von Charles' Laptop packte das sicher. Endlich würde ich auch meinen Senf dazugeben können. Ich lud sie runter und klickte auf das Icon. Chrissy. Staunend. Mann, so einen Teil habe ich auch noch nie gesehen. Wie war's? Erzähl! Raymond. Cool. Ein Signal raste wie irre über den Bildschirm. Es schwoll an, explodierte und barst in tausend Pixel, die sich zu einer mega geilen Grafik zusammenfügten. Billy Joe, der Liedsänger von Green Day in Giftgrün. Billy fegte wie ein Dervisch über den Monitor. Seine überdimensionierten Lippen formten Worte. Statt sattem Sound bildeten sich kreischgrüne Schallwellen um den Kerl. Und jetzt kommt's. Die Wellen brachten die Oberfläche des Bildschirms zum Schwingen. Das wurde immer heftiger. Es war eine brodelnde, vibrierende Masse und mittendrin Billy. Absolut abgefahren. Lautheits fing ich an zu singen. Ich konnte von den Lippen lesen, welches Stück er sang. Basket Case. Sometimes my mind plays tricks on me, grüllte ich mit. Meine grüne Haarsträhne streifte den pulsierenden Bildschirm. Billys rechter Arm stülpte sich aus dem Monitor, packte zu und nutzte die Strähne als Liane. Einen Moment später baumelte der ganze Billy in meinem Haar. Und am I just paranoid blieb mir im Hals stecken. Dafür kam ein sattes Brummen aus den Lautsprechern, und der Laptop stürzte piepsend ab. Der 3D-Act wirkte absolut realistisch, und es ärgerte mich total, dass ich das Finale nicht mehr mitgekriegt hab. Chrissy, die Technik ist einfach genial. Stereoskopische Bilder, ohne 3D-Brille. Dann fiel mein Blick auf den Bildschirm und ich bekam die Flutter. Ich untersuchte ihn. Alles war okay. War ja klar, konnte ja auch nichts kaputt sein. Ich fuhr den Laptop hoch und checkte alle Funktionen. Hier war zum Glück auch alles in Ordnung. Charles würde mir die Hölle heiß machen, wenn ich seinen neuen Laptop geschrottet hätte. Eine Viertelstunde später kam er aus dem Pub. Ihm fiel nichts auf. Chrissy, achselzuckend. Und? War das alles? Raymond. Nein, am nächsten Morgen kam es richtig dick. Meine Eltern frühstückten. Ich platzte verpennt in die Küche, und ein fröhliches Guten Morgen, Raymond, kam mir zu dieser Unzeit entgegen. Morgen knurrte ich zurück. Rose sprang wie immer auf, schenkte mir Tee ein, stopfte zwei Scheiben Brot in den Toaster und legte los. Du musst heute schon um 13.30 Uhr im Apollos sein. Die Vorstellung beginnt eine Stunde später. Du machst Platzanweisung und Eisverkauf. Chrissy kann dann ab morgen auch mitjobben. Gleiche Schicht und Bezahlung. Chrissy springt auf und jubelt. Yeah! Willst du mir mit dem ganzen Gedöns nur verklickern, dass es mit unserem Ferienjob geklappt hat? Raymond. Ungnädig. Quatsch! Setz dich hin und hör zu! Rose ergoss weitere Anweisungen über mich, und ich nickte sie automatisch ab. Charles stierte mich die ganze Zeit allgewöhnisch von der Seite an. Das nervte. Ist irgendwas nicht in Ordnung? fragte ich ihn. Hast du dir ein Loch ins Ohr stechen lassen? Quark, erwiderte ich und langte mir an die Ohrläppchen. Am rechten hing eine Kugel. Widerlich. Fühlte sich an wie getrocknete Riesenpopel oder was anderes Ekliges. Oh, ach das, stotterte ich und murmelte. Ist nur ein Ohrclip, Dad. Tschüss. Blitzschnell war ich aus der Küche und im Bad. Tatsächlich klebte eine Kugel an meinem Ohrläppchen. Wie eine Zecke hatte sie sich in der Haut verbissen und ließ sich nicht abkriegen. Ich fluchte. Es tat weh, als ich an dem grünen Ding zerrte. Mach mal halblang, tönte eine Stimme aus dem Off. Ich ließ die Kugel sofort los. Raymond, sagte die Stimme und etwas stupfte mich an der Backe. Cool, bleib jetzt ganz cool. Nicht die Nerven verlieren. Mein Kopf fuhr herum. Auf meiner rechten Schulter stand ein grüner Zwerg und zwickte an mir herum. B-B-Billy Joe? Fragte ich dämlicherweise. Nein, ich bin nicht Billy Joe. Mein Name ist Green. Ich schaute den Winzling genauer an. Tatsächlich hatte er wenig Ähnlichkeit mit Billy. Er sah eher aus wie Bob Marley im Kleinformat. Gestern, erinnerst du dich? Die Animation. Ich bin aus dem Cyberspace in deine Welt transformiert. Aus dem Cyberspace? Transformiert? Wiederholte ich treu doof. Die Worte fühlten sich an wie zäher Kaugummi. Ich erzähl dir alles der Reihe nach. Können wir nicht in dein Zimmer gehen? Hier ist es etwas, nun ja, ungemütlich. Sagte Green und ließ seinen Blick durch unser verschnörkeltes Bad wandern. Ich ging rüber. Green krallte sich an meinem Haar fest. Im Zimmer roch es nach frischer Farbe. Ich hatte vor ein paar Tagen die drei schwarzen Wände nachgestrichen. Mit einem Satz sprang ich über ein paar Poster, die noch am Boden rumlagen. Leider fiel der Grünling nicht runter. Ich kletterte auf mein Hochbett und verkrümmelte mich in der hintersten Ecke. Green hangelte sich auf mein Knie und machte es sich bequem. Chrissy, du kennst mich. Ich hasse Fantasy-Geschichten. Hobbits, Zauberer oder Spider-Man interessieren mich kein bisschen. Ich lese konsequent nie so einen Quatsch. Und dann taucht irgendein Marsmännchen bei mir auf und sitzt auf meinem rechten Knie. Bei mir. Chrissy, zuckersüß. So ein Pech aber auch. Erzähl weiter. Ich liebe Fantasy. Raymond. Auf deine Verantwortung. Cooles Zimmer. Ich hab mir vorgestellt, es wäre himmelblau gestrichen, begann Green. Spinnst du total? Himmelblau? schnaubte ich. Na, euer Bad ist rosa gekachelt mit vergoldeten Armaturen. Meine Mutter hat es rausgesucht. Sie hat einen seltsamen Geschmack. Uns trennen da Welten. Uns beide trennen normalerweise auch Welten, stellte Green klar. Na Gott sei Dank, fiel ich ihm ins Wort. Willst du mir jetzt etwa weismachen, dass du gestern den Laptop meines Vaters als Pforte in unsere Welt benutzt hast? So wie in dieser Kindergeschichte von Narnia, wo die Kids durch den Wandschrank in eine andere Welt kommen. Spar dir den Atem, sowas gibt's nicht. Willst du behaupten, mich gibt es nicht? Korrekt, brummte ich. Nun ja, hör mir zu, erwäge die Fakten und Urteile dann. Stell dir euer Universum mit sämtlichen Sternen und Planeten vor. Selbstverständlich auch eure Erde. Das ist alles eine Ebene, okay? Ich hob die Augenbrauen. Der Kerl hatte sie wohl nicht mehr alle. Hä? Ebene? Die Erde ist eine Kugel, was soll der Quatsch? Doch keine geografische Ebene. Mir ist klar, dass die Erde keine Scheibe ist. Stell dir die Erde wie in einem 3D-Zeichenprogramm vor. Da gibt es auch Ebenen, die übereinander gestapelt sind. Jede einzelne kann von der anderen unabhängig bearbeitet oder eingeblendet werden. Okay, ich probier's mal. Gut, euer Universum ist in sich fast hermetisch abgeschlossen. Keines der hier existierenden Lebewesen nimmt die Materie jenseits eurer Ebene wahr. Die anderen Ebenen sind einfach ausgeblendet. Tut mir leid, als Dateiebene kann ich mir unser Universum nicht vorstellen. Meinst du, es ist vielleicht wie eine Schicht in einem Schichtkuchen? fragte ich. Das ist sehr plastisch ausgedrückt, aber warum nicht? Euer Universum ist in diesem Kuchen die ätherische Schicht, antwortete Green. Ätherische Schicht. Korrekt wiederholt. Ich komme aus der kompakten Schicht. Kompakte Schicht. Habt ihr nicht mal einen Namen für eure Welt? Roxk heißt mein Planet und er befindet sich im Roxk-All. Wir vermuteten schon immer, dass unser Universum nicht das Einzige ist. Wie bedauerlich, zischte ich. Dein Weltall kennst du ja zur Genüge. Im Roxk-All läuft einiges anders. Auf Roxk sind wir Skromexk die dominanten Geschöpfe. Wir können sehen, sprechen, hören, fühlen, wahrnehmen. Ähnlich wie die Menschen. Die Skromexk haben allerdings eine Fähigkeit, die Menschen nicht besitzen. Einige von uns können transformieren. Green machte eine Pause und musterte mich. Transformieren ist eigentlich nicht so schwer zu kapieren. Auf der Erdebene gibt es ein ähnliches Phänomen. H2O, also Wasser, kann fest, flüssig oder gasförmig sein. Wasser transformiert also. Eis kann schmelzen und flüssig werden. Wasser kann wieder gefrieren. Es kann seinen Zustand beliebig oft verändern. Ähnlich, nur etwas komplexer, funktioniert es bei den Skromexk. Ich sank in mich zusammen und war mir sicher, dass entweder A in meinem Tee heute Morgen eine Droge beigemischt war oder B ich an einer lebensbedrohlichen Hirnkrankheit litt oder C die neue Wandfarbe Lösungsmittel ausdünstete und ich deshalb halluzinierte. Schau her! Aus Green wurde eine Kugel und im Nu hatte er sich zurückverwandelt. Hör auf! stöhnte ich. Zwei Kollegen und meine Wenigkeit haben durch Zufall einen Weg gefunden, in euer Universum zu gelangen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Wir haben Kontakt zu Menschen aufgenommen. Wir chatten. Mein Online-Name ist Frog. Kennst du, oder? Du bist Frog? Mir wurde übel. Du hast es erfasst. Du kennst doch auch Aqua, oder? Ist Aqua auch ein Skramox? Skromexk. S-C-L-O-M-E-X-C. Ja. Und falls alles wie geplant klappt, kommt sie morgen mit Chrissy. Chrissy weiß über euch Bescheid? Bis jetzt noch nicht. Und was soll das Ganze? Was habt ihr vor? Platzte ich heraus. Wir brauchen eure Hilfe. Aber den Rest erzähle ich morgen. Ohne ein weiteres Wort transformierte Green. Halt! Warte, Mann! herrschte ich mein Ohr an, aber da war nichts zu machen. Seit diesem Augenblick klebt der bescheuerte grüne Ohrring an meinem Ohrläppchen. Gestern Abend habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Bandprobe geschwänzt. Kannst du dir das vorstellen? Ich war nach meinem Job im Theater fix und alle. Bin nach Hause gegangen, habe mich ins Bett verzogen und durchgepennt bis heute Morgen. Und jetzt weißt du, was hier Sache ist. Was sagst du dazu? Chrissy. Äh. Ja, wie würde Chrissy reagieren? Nahm sie ihm die Geschichte ab oder würde sie ihm empfehlen, sich in eine geschlossene Anstalt einliefern zu lassen? Er nippte ein letztes Mal an der kalten Schokolade. Seufzte, stand auf, verließ das Café und ging zur Bushaltestelle. Das war Teil 2 von Scromax, London, die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de und die Suche. Untertitelung des ZDF, 2020